Hey, heute möchte ich euch zeigen, wie ich meine Stempel koloriere und euch dafür drei verschiedene Techniken vorstellen. Da meine Stempel nun mal meist aus Linien bestehen, bietet sich das Ausmalen einfach an. Ich bin definitiv kein Profi, das ist nur einfach meine Art die Stempel zu kolorieren. Ich bin sehr gespannt, welche Technik euch am besten gefällt und versuche euch zum Schluss eine kleine Aufschlüsselung zu geben nach Anschaffungspreis und wie lange ihr ungefähr für jede Technik braucht. Also los geht's! Ich benutze heute Aquarellfarben, Buntstifte und Alkoholmarker. Das ist mein großer Aquarellkasten von Schminke, den ich auch für meine Aquarelle benutze. Ihr braucht nicht so einen großen Kasten. Die Grundfarben reichen völlig aus und alles andere könnt ihr euch dann mischen. Bei den Buntstiften benutze ich die Polychromos vom Faber Castell. Das war ein Geburtstagsgeschenk. Das sieht natürlich toll aus in diesem großen Kasten, aber auch hier, ihr braucht nicht so viele. Man kann die super durch überlagern, mischen und da reicht auch das kleine Set. Und zum Schluss habe ich noch die Alkoholmarker. Die habe ich mir während des Studiums nach und nach angeschafft und jetzt habe ich einfach diese große Box zusammen. Es gibt günstigere Varianten davon. Schaut da einfach gerne mal nach. Ich arbeite heute mit dem, was ich habe. Das wichtigste für dieses Video sind natürlich die Stempel und zum Glück habe ich genug davon. Für die verschiedenen Medien brauchen wir auch unterschiedliche Papiere. Ich habe mir jetzt schon mal welche in den passenden Größen zugeschnitten. Für die Buntstifte nutze ich diesen glatten weißen Karton. Ein matteres Papier wäre zwar schöner, aber das, was ich da habe, ist leider zu dünn, um es danach auf den Karten verarbeiten zu können. Deswegen ist dieses in Ordnung. Und genau das gleiche benutze ich auch für die Alkoholmarker. Auch da gibt es ein spezielles Papier, wo die Stifte nicht so sehr durchbluten. Das ist aber auch meistens sehr dünn und lässt sich nicht gut weiterverarbeiten. Deswegen ist dieses total in Ordnung. Für die Aquarellfarben brauche ich natürlich Aquarellpapier oder wenigstens ein Mixed-Media-Papier, damit sich das Papier nicht wählt. Das hier ist jetzt eins mit 25 Prozent Baumwolle. Es gibt wesentlich bessere Papiere. Es gibt wesentlich schlechtere. Das ist ein gutes Mittelmaß und reicht für meine Zwecke vollkommen. Für die unterschiedlichen Techniken brauche ich auch unterschiedliche Stempelkissen. Wenn ich die Stempel mit Buntstiften oder Markern ausmale, benutze ich das Versa Fine. Das ist ein super schönes, sattes Schwarz und sehr gut geeignet für feine Linien und Details. Wenn ich aber mit Aquarellfarbe male, soll der Abdruck ja wasserfest sein. Dafür benutze ich das Cess On. Das lasse ich dann kurz trocknen und kann dann problemlos mit der Farbe drüber gehen, ohne dass die Linien verlaufen. Jetzt geht es mit den Abdrücken los. Da ich euch jedes Motiv in drei Varianten zeigen möchte, brauche ich jeweils drei Abdrücke. Die mache ich jetzt alle auf einmal, damit der wasserfeste Abdruck gut trocknen kann und ich keine Wartezeiten habe. Beim Aquarellpapier drücke ich den Stempel immer etwas fester an, da der Abdruck durch die Struktur des Papiers sonst etwas unterbrochen sein kann. Ich lege mir immer ein feuchtes Tuch auf den Arbeitsblatt, um die Stempel gleich auszustempeln und so einfach zu reinigen. und so einfach zu reinigen. Los geht es jetzt mit der ersten Variante, den Buntstiften. Am Beispiel des Fuchses zeige ich euch jede Variante etwas ausführlicher und blende die anderen Motive nur kurz ein. Ich spule hier mal etwas vor, weil es wirklich lange dauert, die einzelnen Schichten aufzutragen. Für den Fuchs habe ich etwa 15 Minuten gebraucht. Die zweite Reifung ist eine Frau völlig in die Jedi-zweig, die wir in die Jedi-zweig vorigen, die Mahs-zweig mit Gkunstjie. Die Spekstjie degli Eingang-zweig mit der sich an die Jedi-zweig mit Leidenschaft und Leidenschaft. Bei der psychic Geist wird immer die Drehung. Die Sendung wird es nicht geäßt, wenn sie nicht geäßt, wenn sie die médico-zweig-zweig Academic lleva, cool ist das Dreisigkeit zu ende. Diese Geist, die Schicht-zweig vorwärts werden, wenn sie vergessen wurden, dann was sie zu mir. Musik Ein kleiner Tipp, am Ende jedes Motives gehe ich immer nochmal mit einem hellen Buntstift und mehr Druck über das Papier. So werden die Pigmente mehr eingearbeitet und die Farbe erscheint gleichmäßiger. Kommen wir zu den Markern, auch hier etwas ausführlicher am Beispiel vom Fuchs. Ich benutze vier Rottöne, theoretisch hätten aber auch zwei gereicht, ein heller und ein dunkler. Da muss man nur etwas besser verblenden, also öfter mit dem hellen Stift über den dunklen Bereich gehen. Rottöne Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ihr könnt von hell nach dunkel arbeiten oder umgekehrt. Ich habe beides ausprobiert und denke, dass ihr nach euren Vorlieben entscheiden könnt. Pro Motiv habe ich etwa 6 Minuten gebraucht. Als dritte Variante zeige ich euch jetzt die Aquarellfarbe. Das benötigt etwas mehr Vorbereitungszeit, weil ihr euch eure Palette, Wasser und Pinsel bereitlegen müsst. Und wenn ihr in mehreren Schichten arbeiten wollt, solltet ihr natürlich die Trocknungszeit berücksichtigen. Wenn es sich anbietet, färbe ich deshalb immer gleich mehrere Motive ein. Ansonsten geht es aber eh nicht schnell wie mit den Markern. Pro Motiv habe ich etwa 8 Minuten gebraucht. Und wenn es sich anbietet, dann geht es umgekehrt. Und wenn es sich anbietet, dann geht es umgekehrt. Und wenn es sich anbietet, dann geht es umgekehrt. Die Trocknungszeit sind dritte. ZDF, 2020 Musik Das sind also die drei verschiedenen Techniken. Ich habe versucht, ähnliche Farben zu wählen, damit man den Vergleich gut sieht. Alle machen mir auf ihre Art Spaß und ich benutze auch wirklich alle für unterschiedliche Kartenstile. Und ich will jetzt im Einzelnen nochmal kurz durchgehen anhand dieses kleinen Vogels hier. Die Buntstifte dauern definitiv am längsten, weil man viele einzelne Farbschichten auftragen muss. So vermeidet man die Striche, die man sieht, wenn man eben mit nur einer Schicht arbeitet. Wenn das natürlich gewollt ist, dann geht es auch viel schneller. Ich denke, diese Technik ist am günstigsten in der Anschaffung. Wahrscheinlich hat jeder von euch ein paar Buntstifte zu Hause. Und meiner Meinung nach kann man auch am genauesten damit arbeiten. Es dauert eben etwas länger, aber es kann auch sehr meditativ sein. Die Marker sind dagegen recht grob, auch wenn die Pinselspitze wirklich feines Arbeiten zulässt. Ich trage die Farbe nur immer sehr schnell auf, um unschöne Ränder zu vermeiden und bessere Übergänge hinzukriegen. Die Farben sind wunderschön satt und leuchtend, aber man benötigt schon ein paar, um anständige Verläufe hinzukriegen. Das macht diese Technik relativ teuer. Auch Aquarellfarbe kann teuer sein, wenn man in viele verschiedene Farbtöne investiert. Aber wie am Anfang gesagt, ein kleiner Kasten mit Grundfarben reicht aus. Den Rest könnt ihr euch dann alles mischen. Also nehmt lieber ein bisschen bessere Qualität und dafür weniger Farben. Ich mag die Textur von Aquarellfarbe und auch dem Papier. Die Farben sind zwar nicht so leuchten, das liegt einmal an der Marke und auch am Papier, weil das ja viel gelblicher ist als zum Beispiel dieser weiße Karton. Aber manchmal möchte ich genau das aussehen für meine Karten. Und jetzt die Frage an euch. Welche Technik mögt ihr am liebsten? Wie malt ihr eure Stempel aus? Mischt ihr vielleicht unterschiedliche Techniken oder nutzt ihr eine, die ich noch gar nicht kenne? Ich bin so gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Darüber freue ich mich riesig. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ganz viel Spaß beim Stempeln und Ausmalen.